Du willst besser schlafen? Gelassener und glücklicher durchs Leben gehen? Meditieren hilft dir dabei. Kein Hokus-Pokus, keine Spinnerei. Alles wissenschaftlich fundiert. In Balun steckt das Know-how der besten Achtsamkeitsexperten Deutschlands. Das Gute? Meditieren ist eigentlich ganz einfach. Es kann allerdings auch Tage geben, an denen es dir schwerer fällt als sonst. Zum Beispiel, weil dir viel durch den Kopf geht. Keine Sorge, das ist normal. Bleib dran und meditiere regelmäßig. Du wirst schnell spüren, wie Balun dir helfen kann. Bevor du loslegst, noch schnell drei Tipps, wie Meditieren am besten wirkt. Erstens, versuch jeden Tag zu meditieren, am besten immer etwa zur gleichen Zeit. Wann entscheidest du? Bewährt hat sich morgens, dann startest du frisch und gestärkt in den Tag. Zweitens, such dir zu meditieren einen Platz, an dem du ungestört bist. Dein Schlafzimmer, dein Lieblingsplätzchen im Park, dein Balkon. Drittens, setz dich bequem hin, am besten aufrecht. Ob du die Augen offen lässt oder schließt, ist egal. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Alles klar? Dann lass uns noch heute loslegen. Lass Balun dein Leben leichter machen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017